Kannst du denn was ausgeben? Oh, ja. Wo ist er? Da ist er. Komm, lass da was drin sein. Können wir Mauern machen? Nein. Okay, dann schaut's übel aus. Ja. Elixiersammler, Goldmine, Minenwerfer, Kanone, Rathaus, Luftbomben. Goldmine. Hm. Ja, ist ja eigentlich vollkommen egal. Warte mal. Was ist das teuerste? Das Rathaus. Eins. Ist doch vollkommen egal. Mach einfach. Elixiersammler haben wir da noch. Zwei. Ist es wurscht. Ist es vollkommen egal. Dann mach halt mal so Goldmine hier. Da, Goldmine für 56.000. Kann man noch machen. So, passt. Sehr schön. So. Na ja, da haben wir es doch. Da haben wir jetzt zwei gemacht. Achso, wir haben den angegriffen. Haben wir Hallo gesagt? Ja. Haben wir. Schauen wir mal schnell noch bei dem anderen vorbei. Bei JohnnyFriends 2. Dann würde ich sagen, bin ich vielleicht morgen nochmal live oder übermorgen. Muss mal gucken, wie es ausschaut. Mitnehmen. Weihnachten feiern. In acht Monaten ist Weihnachten. Ja, gut gemacht. Klebkuchen, Glühwein. Und irgendwas mit Marzipan. Marzipan. Ja, im Aldi gibt es ja nichts mehr, ne? Aldi Süd. Früher gab es im Aldi Süd immer den Marzipan. Dann hat man sich so ein, zweimal im Jahr Kraft oder dreimal. Oha. Oh mein Gott. Das können wir alles gar nicht ausgeben. Oh, das schöne Pilz. Den lassen wir. Den lassen wir. Da haben wir. Der ist ja auch schön, der Busch. Den lassen wir. Alter, hier gibt es ja richtig was zu tun hier. Okay. Hier haben wir noch einen Pilz. Wir brauchen den dritten. Den vierten. Das wird die. Die vierte Ressource hier. Die Bauhütten brauchen wir. Die Bauhütten brauchen wir. Ladies and Gentlemen, liebe Gamingfreunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Da ist wieder Manfred. Mit Ursula, seinem Pferd. Da ist Mampfi. Oh, hat er es gar nicht da. Okay. Das ist ja unangenehm. Ja, hoffentlich können wir das Geld ausgeben. Schau mal. Nein, können wir nicht. Naja, doch. Wir haben hier die Goldmine. Dann haben wir hier die Goldmine. Was haben wir denn hier noch Schönes? Dann haben wir hier die Goldmine. Wie lange dauert das? Okay. Passt. Sehr schön. Anfragen. Ich klicke immer falsch. Drei Zuschauer. Ui. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Na, wo kann ich denn hier spenden, Leute? Ich schreib hier mal was rein. Hi und guten Tag. Okay. So, Dalla. Da ist ja nichts drin. Warum ist da nichts drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 240.000. 170.000. 170.000. Aha. Da ist aber jetzt das Geld weg, oder? Alter Schwede. Das ist deprimierend. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir hier Schönes? Oha. Belohnungen. Der hat 250.000 Gold. Ähm, ja. Da, 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 da. 34%. Sehr schön. Schaffen wir die 50? Ja. Ich kann sagen, die sind ziemlich effektiv. Wenn sie zusammenspielen würden, ja. Sascha Garvik. Hi. Deine Burg ist voll. Die Burg ist voll. Na, da gibt es was Gutes zu mampfen. Es gibt Pizza, Fischstäbchen, Sandwich. Und was gibt es noch? Eine Gulaschsuppe. Uah. Gulaschsuppe. Ah ja. Gucken wir mal an. Drei Sterne. Ich bin fasziniert. Ich glaube, wir sollten mit einem Drei-Sterne-Sieg aufhören. Forschen. 240.000. Hätten wir machen können. Ja, ist doch. Das ist jetzt nicht so, dass wir das... So, können wir morgen weiterspielen. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen nochmal spiele. Ne, wir hören jetzt auf. Ladies and Gentlemen. Melvin, herzlich willkommen. Ich höre jetzt auf. Dann machen wir morgen weiter oder übermorgen. Es war schön. Für den Anfang war das ganz okay. Machen wir morgen weiter. Dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr da wart. Und, ähm, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Und bis dann. Tschüss. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.